Hallo Leute, ich hoffe euch geht es gut. Heute befinde ich mich in Hannover. Das erste Mal natürlich für mich. Und wir sind, gleich seht ihr gleich, High Zone Arena von Hannover 96. Ich bin das zuerstes Mal da und Hannover spielt in der zweiten Bundesliga. Und ja, nächste Woche spielen die wieder. Und ja, dann sieht man auch die Tribünen. Ja, hier sieht man die Tribünen, ganz leicht. Ich soll mal ein bisschen hin. Ja, ihr seht hier die Tribünen. Aber außerdem Pfett und den Tor seht ihr nicht. Aber nächste Woche spielen Hannover wieder. Aber ich glaube auswärts oder Heimspiel, weiß ich nicht. Und ja, hier ist auch der Hannover Fanshop. Kann man hier essen, auch trinken. Und ja, und Heinz vom Heiden Arena ist das Stadion von Hannover 96. Und ja, ich bin das erste Mal hier in Hannover. Und ja, kann mit Deutschland definitiv mit einreisen. Und ja, und heute spielen die heute gar nicht. Erst nächste Woche. Erste Bundesliga haben hier angefangen, ganz klar. Zweite Bundesliga fangen erst nächste Woche an. Die haben noch Winterpause. Und ja, also hier kann man die Tribüne sehen. Ganz, fast leicht. Und ja, sieht gut aus. Ja, hier sind auch die Blöcke, dass man sowas sehen kann. Hier sind die Fahnen, hier aufgehangen. Also die Fahnen, ja, hängen ja. Und fliegen. Also wegen dem Wind. Und ja, einfach geil. Das ist für mich wirklich das erste Mal hier in Hannover. Und ja, wirklich das erste Mal für mich in Hannover. Und ja, wenn ihr noch mehr, wenn ihr noch wieder mehr Stadionsblog sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich habe schon mehrere Stadionsblog. Einmal in NRW. Wir sind jetzt gerade hier in der Landeshauptstadt Niedersachsen. Und ja, und das ist die Hauptstadt, wo ich gerade stehe, in Hannover. Ist der Hauptstadt. Und ja, jetzt drehen wir, jetzt machen wir noch den, nochmal den Kameran noch mal kurz umgedreht. Und hier ist das Auf Wiedersehen Hannover 690. Wir wünschen euch eine gute Reimreise. Das tue ich jetzt auch. Und ja, ich fahre jetzt wieder zurück nach NRW. Und ich hoffe, dass ich mal nächste Woche wieder Niederland bin. Und ich muss das Video ausschneiden. Ich wohne ja in NRW. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare. Und ja, und wir sehen uns irgendwann mal. Irgendwann mal in Niedersachsen wieder. Das heißt, eure Clan. Tschüssi. Das Gute ist eigentlich mal. DASHA Pyde Kuipens Eimo Untertitelung des ZDF, 2020